Servus Leute! Zurück zu einer neuen Folge von Let's Play! Portal 2 mit LeFern im Coop-Modus! Und mit Voogee Games! Wuuuuuuuuuuuuuuuuu! So, das musste ich gerade mal machen, weil, äh, Drassi Frames und so. Gut! Ich hab mich gerade richtig in einem schnellen Kreis und so... Äh... Beschleunigen! Ok... Ah, Roboter! Sehr gut! Ertrinken wie immer, äh, dieser komische Leitstrahl. Abgriffsbirne? Ne, keine Ahnung, lass nochmal. Na, werden wir das sehen. Ah, ich hab ne Idee. Ne, ich hab keine Idee. Ok... Ok, die sind da hinten. Sind das zwei? Äh, jaaaa... Ach, hier hinten kommt man auch durch. Huuuuh! Äh, was hab ich jetzt aktiviert eigentlich? Achso, hier ist der Strahl. Den kannst du... Mit dem kannst du jetzt spielen. Ah! Ok... Ah ne, das geht ja wieder weg, wenn ich das mache. Ich will mit euch spielen! Ok, der Laser muss da rein. Zumindest deutet das Zeichen darauf hin. Huuuuh! 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 Verwirrung! Ach, da, ok. Ähm... Vielleicht... So... Kannst du das wieder raus machen? Dass ich nach oben gehe? Nein. Wer da? So... Und jetzt? Bitte einmal wieder richtig? Na, klappt so nicht. Äh, ja. Oder richtig falsch? Nein! Mist, ich komm da nicht, äh... Ich kann auch mal... Ich bin wieder hier unten. Das müssen wir, glaub ich, zeitgenau machen, weil ich in dem oberen Strahl drin bin. Da vorne gehe ich jetzt ungefähr. Ah, ok. Äh... Ja... Nee... Ja, das ist ne schlechte Idee. Scheiße. Ich wusste nicht, wo ich da hin sollte. Hm. Ich brauch mehr Zeit. Äh... Achso. Ich hab keine Ahnung, was mit diesem Strahl anfangen soll. Ach, hier ist auch noch was. Ah, ok. Huh! Ähm... Ja, doch. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Ich muss nur irgendwie da hochkommen. Ähm... Scheiße. Du darfst jetzt nicht sterben. Das gehört, du darfst nicht sterben. Hey, warte mal, das ist ein Loch. Oh. 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 Ja, äh... Ich würde sagen, dass das andere da hin muss, dass man in den Strahl rein kommt. Wuii! Oh, da ist ja Wasser. Da ist ein Knopf. Hä, wie? Sie sterben einen ehrenhaften Tod. Das Stärken traue ich euch zu, aber ehrenhaft. Hm. Ich bin jetzt hier in dem Strahl wieder drin. Ah ja. Ah! Da aktivieren mal den Knopf. Hilfe! Knopf drücken. Ich hab den Knopf gedrückt. Du musst nur ganz fest daran glauben, dann werden... Ach, ich halt's nicht aus. Was passiert, als ich den Knopf gedrückt habe? Du musst dieses Portal machen. Ich muss den Strahl umändern. Okay. Na, dann kommt so ein Spiegelwürfel. Aber den Spiegelwürfel brauchten wir. Huiiii! Warte, du musst... Ja, genau. Du musst hier und... Nein, du bist... Du musst auch auf der anderen Seite das machen. Hä? Der, der da hier durchfliegt, muss hier hinten das machen. Weil ich kann... Da, wo das dunkelblau ist, oder was? Weil ich kann dann mich um den Laser kümmern. Genau. Ja, aber ich... Wenn ich jetzt hier in den Dunkelblau ist, dann muss ich erstmal da oben reinkommen. Das heißt, du musst mir irgendwie gucken, dass ich da oben reinkomme. Du kannst doch da einfach aus dem Strahl raus, wenn du auf der Seite... Ja, wie komm ich jetzt zum Strahl hin? Das ist die Sache. Das heißt, du musst jetzt erstmal hier unten und das... Lauf durch. Achso, umgekehrt. Ähm... Nein. Warte, was machen wir? Erstmal musst du auf die Plattform. Du kannst doch einfach... Geh doch einfach auf die Plattform. Jetzt kannst du auf die Plattform. Halt, ne. Das bringt nichts. Du kannst doch einfach hier unten was hinsetzen und da oben... ...wo das mal mein gelbes jetzt ist. Dann komm ich doch da in die Strahl rein. Dann setze ich hier eben noch kurz genau mein rotes da hin. Und mein gelbes setzt sich da hin. Und dann komm ich da hin. Oh. Zu früh. Viel zu früh. Ich sag dir mal ungefähr. Ich seh's ja. Achso. Sobald du den Knopf gedrückt hast. Sobald du den Knopf gedrückt hast. Und dann musst du halt aufpassen, dass du das Teil fängst. Genau. Ich hab den Knopf gedrückt. Dein Ding... Das Ding gefangen. Jetzt können wir... Äh... Wie wär's? Warte. Warum hast du das nicht mitgenommen? Weil ich hier... Keine Ahnung. Ich hab das... Ich bin irgendwie hängen geblieben. Ich hab ihn. Andere Richtung bitte. Einmal kurz. Du willst ihn in die andere Richtung? Vielleicht muss er nach oben. Sonst komm ich hier nicht raus. Achso. Da ist ne Lücke. Okay. Jetzt. Bitte sehr. Ah ja stimmt. Das geht ja durch die Scheibe durch. Haben wir den Ball hier. Mach mal mit dem Ball. Den Ball brauchen wir. Ja, aber die Frage, wie kommen wir denn hier raus? Ach! Ähm... Wir müssen den nur da rüber bekommen. Dem Strahl vielleicht. Ne, dem Fall nicht. Aber willst du den Strahl raus bekommen? Du kannst den aber... Du kannst den rein bekommen, oder? Dass ich dann... Guck mal, dass der Strahl durch das rote Portal durchgeht und durch das gelbe rauskommt. Der kann ja durch diese Wand durch. Ich kann den Le... Achso, der Strahl, ja genau. Der Gleitstrahl. So. Äh... Und jetzt... Moment, ich lass ihn los. Jetzt einmal andersrum. Warte, das muss ich machen, Moment. Ja, oder so. Ne, das klappt. Der Ball ist runtergefallen. Das klappt doch nicht. Ach, weil ich da durch bin. Ja, bisschen blöd, oder? Nur ein bisschen. Haha. Da musst du das irgendwie irgendwann weg machen. Es ist jetzt egal. Warte, ich geh da durch. Dann setz ich den... Toll. Ach, guck mal, ist das hier weg. Aber du solltest... Wo sein? Ne, aber hier draußen. Achso, ja, jetzt kann man ein Portal machen. Ah... Ach, okay, aber wie bekommen wir den da dran? Hm? Achso, es geht dann hoch. Okay. Okay. Was passiert denn? Achso, hier. Wir sind irgendwie hier dran. Das kriegen wir auch hin. Und dann ist wir den einfach nur da dran. Ja. Verstehen. Dann müssen wir ihn irgendwie weiter hinten platzieren. Wir müssen den hier drauf. Warte. Ja, ich muss aber auch mit da drauf. Aber wie machen wir das? Gut. Oder was ist... Nein, jetzt bin ich da runter gefallen. Ich bin auch so ein Idiot. Das machst du. Indem du... ein Portal hier hinschalte. Nein! Hier geht jetzt... Oh, gut. Ach, verflucht. So war das nicht gedacht. So, schnell mal ausprobieren. Dahin, dahin, dahin. Stimmt. Stimmt. Irgendwie ja. So kann ich ihn nicht ablegen. Geht auch. Okay. Dann mach ich mein... Das Portal dahin. Okay. Dann müssen wir jetzt erst den Strahl hier hinbekommen. Hä? Ach so. Okay. Du musst es mit den Wirbeln machen. Ach so. Dann hab ich gerade schon gefragt, wo du bist. Ups, das war zu früh. Ja. Heyy. Fischer. Cool. Tötungsmaschinen. Werft einen tiefen Blick in eure neuen schwarzen Seelen und sagt mir, was ihr seht. Ach, vergesst es. Immer noch Matsch. Wie nett. Die ist ja nett zu uns. Aber wenigstens geht die Wartungseinheit wieder. Ja. Nicht, dass wir da einfach nur durchfallen. Ich liebe es, mit Türmen zu spielen. Ich überlege mir immer dann irgendwie die zu erledigen. Wenn ein Turm umfällt, dann fallen alle anderen auch früher oder später um. Wir haben nun bewiesen, dass Beschimpfungen eine Matschbirne in eine verängstigte Matschbirne verwandeln. Versuchen wir es also mit positiver Bestärkung. Ich gehe stark davon aus, dass die Remontageeinheiten bald wieder defekt sind. Vielleicht während ihr sie benutzt. Ihr seid ihr doch völlig egal. Natürlich seid ihr mir auch egal. Aber ich versuche wenigstens nicht ständig euch umzubringen. Ich bin ja so gutmütig. Ähm. Ja. Gleitgel gibt es hier wieder. Jumpgel. Wir müssen wieder Laser auf Knöpfe buxieren. Juhu. Maschinen. Roboter. Turme. Okay. Nichts wie hindurch. Cool. Das sieht interessant aus. Was passiert hier? Ah. Wird das so ein Mäusespiel? Joa, das kann sein. Was hat das jetzt gemacht? Das hat dieses Ding da hinten aufgemacht. Okay. Da brauchen wir wahrscheinlich mein Gleitgel. Ne, da kann man dahinter. Ach. Ja, oder? Ach ne, das geht weg. Okay. Oh, das macht es ja großzügig. Und dann bleib du mal da drauf stehen. Dann probiere ich mal. Kann ich da durch? Ja, da durch kann ich nicht schießen. Wie blöd ist das denn? Äh. Da ist so eine Wand. Aber man kann hier durch. Moment. Kannst du dich nochmal auf den Knopf hier stellen? Dann komm ich nämlich schon mal da rüber. Wo hast du dein Portal gemacht? Warte. Da oben hin. Huiiii. Guck mal, jetzt kannst du auch so hier durch. Irgendwie. Aber ich will ja gar nicht durch. Okay. Geht das nach... Ne, das geht nur nach oben. Okay. Geht das nach... Gehen wir dann... Gehen wir nach links? Ja, weil ich doch da quetscht. Ach was. Äh, ja. Kann ich gleich hier drauf gemacht. Kannst du das mal hoch machen irgendwie? Du kannst doch das Portal weg machen, oder? Welches? Dieses Neutralisierungsportal. Neutralisierungsportal? Ne, da wo ich nicht durchkomme. Achso, ja, ja. Das kann ich weg machen. Ah. Jetzt ist bloß die... Aber ich komm da nicht dran. Da hinten. Vielleicht brauchst du ja irgendwann einen Schleim, oder so. Ne, das funktioniert auch so. Ist da oben zwar das Portal, aber du kommst noch nicht ganz durch. Das heißt... Warte, bleib mal drauf. Geht das da bis da rüber? Na ja. Jetzt kriegst du das hier hinten. Weil ich ja oben das rote Portal drangesetzt habe. Weil ich glaub das bringt... Doch. Und dann noch ein wenig Jump drauf. Hm. Achso. Irgendwie falsch rum. Natürlich. Wenn ich jetzt hier jumpe... Warte mal. Bin ich schon mal hier. Jetzt kannst du das mal hoch. Ah. Passiert, wenn ich den Knopf drücke? Dann warte, warte, warte. Blub. Okay. Jetzt. Äh. Nochmal. Da kommt andauernd einer rot durchgefallen. Achso. Ah, das war das falsche. Das hieß immer verwechseln. Das war zu langsam. Wo ist denn hellblaues? Ah. Ja, wenn ich von dem Knopf runtergehe, dann ist es wieder weg. Wie. Wie. Dann haben wir den Spiegel. Wo ist der Strahl? Da kann man her. Oh lol. Achso, stimmt. Die brauchen einen Laser. Ach, hier oben ist der. Hier oben ist der. Den musst du ja irgendwie durchschießen. Der ist hier. Da oben. Das heißt, wir müssen den irgendwie hier durchgeschossen bekommen. Na, wie mit der komischen... Warte. Hier. Kannst du nochmal zurückgehen? Und einen Würfel gehen. Achso. Achso. Das klappt ja nicht so. Kann man ihn irgendwo runterfallen lassen? Ich kann ihn dir durchreichen. Moment. Ja genau, ich gebe ihn dir. Nein, geht auch nicht. Kannst du den vielleicht erstmal da drauflegen? Aber warte. Auf den Knopf legen. Dann kannst du da durchlaufen und hier hinkommen. Die Frage ist nur, was uns das bringt. Wie durchlaufen das? Da oben kann ich irgendwie hin. Der macht doch den Knopf auch schwer, oder? Wir haben bisher noch kein einziges Mal hier unten irgendwas gemacht. Vielleicht gibt es hier unten auch irgendwas. Vermut man, wir brauchen da irgendwie den... Das ist unser Strahl da irgendwie zu bekommen. Probier was. Das wollte ich schon immer ausprobieren. Aktiviert. Nein. Okay. Jetzt haben wir ein Problem. Wie bin ich jetzt hier hingekommen? Problem. Wo bist du? Ach, das ist cool. Ich bin irgendwie da durchgekommen und dann hier rausgefallen. Ich komme immer an den Würfel ran. Du musst einen neuen Würfel generieren. Ich habe gehofft, dass mir ich den Würfel schützen kann. Ich bin jetzt wieder auf der anderen Seite. Weil ich irgendwie durchgefallen bin. Ja, jetzt brauchen wir wieder den Würfel. Ja, dann... Wenn ich jetzt hier durchlaufe, dann hüpfe ich doch. Okay. Erstmal brauchen wir hier orange wieder. Da oben ist auch was. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das war zu hoch. Das ist rot. Was? Achso, da steht gar keiner drauf. Wir sind jetzt. Doch. Jetzt würde ich nicht durchrennen. Wieso? Achso. Hä. Nee, ich muss das machen. Oder... Ja, es ist egal, wer es macht. Ich mache es einfach mal. Ja, dann mach du dann schön. Renn durch. Nein, renn. Jetzt kannst du durchdrennen. Wuiiii. Wusie besser wäre ein Würfel bekommen. Okay, das geht aber nicht mehr so schwer. Jetzt brauche ich es mal wieder... Achso. Da ist der Würfel. Meins... Nee, der fällt nicht so weiter. Wir müssen wieder hoch. okay ich sehe ich kann es sein dass wenn der würfel durch ein blaues portal durchfällt dass er dann da unten gegen das gegen gegen das andere portal fällt nur nicht auf den knopf drauf stellt da dann durch geht dann muss ich nur nur in anführungsstrichen das geht nicht aber ich habe eine andere idee du musst da oben hier an der wand an die wand springen können erst mal müssen wir oben hinter dir die wand voll kleistern stimmt da gibt es den warte das ist sogar voll schlau darauf wäre ich jetzt nie gekommen wahrscheinlich weil du es nicht so siehst wie ich also ich kann es so hin kleistern muss es halt auf die wand kriegen warte krieg ich auch auf die wand jetzt müssen wir bloß schaffen jetzt kann warte jetzt komme ich mit dem würfel genau nein geht nicht ach mann bin ich schon wieder hier ja weil ich das portal vergessen habe zu setzen blöd bin ich schon gleich hier unten so okay ich warte mal du machst da mit dem würfel kannst du da nicht durch das muss man erst öffnen ja renn du mal da durch vielleicht verreist du ja mehr da hinten hä loll lol du hast mein portal nicht ersetzt ach du hast deine portale dahin gesetzt oder was ich habe nichts gemacht krass ich auch nicht ich habe die portale eigentlich richtig hingesetzt das portal war dort unten zumindest kam ich da raus jetzt habe ich es aber richtig hingesetzt mit dem würfel kann man jetzt noch nicht durch so was sind wir denn hier so jetzt kann mit dem würfel da durch wenn du dich da drauf stellst na also geht doch hm das ist das könnte klappen pass auf dass du nicht so den gleichen fehler machst wie ich und dann hinter dir und du bist jetzt blau dann wieder raus gehst du bist jetzt portal dann wieder rausfällst so also hm du musst was musst du denn ich hätte jetzt gesagt dass ich den irgendwie versuchen muss den würfel da durch zu bekommen durch verschiedene portale ja du musst den würfel da durch bekommen wenn der würfel jetzt wo fällt der runter da du willst darunter fällt dann dahin geht dann stelle ich mich hier drauf kannst du vielleicht noch einen würfel aktivieren holen wuppa hey das geht ja wo haben wir so schlecht hey wo ist die plattform hin das habe ich probiert das hat nicht funktioniert wenn ich dann noch ein portal hätte wenn ich dann noch ein portal hätte ja aber ich habe eine idee wie wir den würfel darüber bekommen warte mal kurz okay kannst du nochmal aktivieren den würfel ja mist ich bin da runter gegangen scheiße nochmal ähm oder warte mal das ist doch voll einfach geh mal auf das geh du mal auf den oder musst du aber übel schnell versuchen zu dem knopf zu kommen ja deswegen brauche ich hier erstmal ein bisschen rot bitte jetzt oder du bist einfach da unten durch das portal durch die ist ja auch was wenn du den aktivierst dann musst du irgendwie versuchen möglichst schnell auf den knopf zu kommen und das hat zwar irgendwie durch die portale genau bitte nach oben bin ich gespannt ok ich aktiviere ja ooooh ooooh lol wo sei bleib hier jetzt kann ich aber auch darüber oh pass auf wenn du den würfel jetzt da drauf legst dann kann ich auch darüber naja kann ich nicht darüber kommen doch dann kann ich darüber kommen warte vorsichtig ähm jetzt ist natürlich die frage wohin jetzt wir können irgendwie probieren moment also den würfel würde ich erstmal da drauf liegen lassen wir können nämlich probieren das blaue zeug noch höher zu bekommen müssen wir irgendwie noch höher bekommen dann gehe ich nämlich durch da durch vielleicht bringt es ja auch schon was ne das hat jetzt gar nichts gebracht hä what da hoch riefel du doch nur da hoch nein da gibt es eigentlich nur eine möglichkeit und zwar wir müssen aus wir müssen aus diesem hellbla wo du dein hellblau aus jetzt hast müssen wir rauskommen und gegen das gegen die wand hier runter knallen ich mir schon die ganze zeit aber wie also wir runter ja klar wie da müssen wir irgendwie da runterfallen hä das machen wir jetzt so wie machst du mal meins weg geh durch wir beide hier unten ja komm mit moment achso ne hm ja moment ich bereite was vor ok jetzt bin ich gespannt äh hab ich jetzt vergessen kann es sein dass ich jetzt vergessen hab nein natürlich sowas würde ich nie vergessen bring mich mal bitte nach oben das geht nicht weil ein hellblaues portal jetzt da ist na dann mach halt selbst eins genau so hm ich würde sagen buh 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 ladies first hey ich muss ja jetzt ah hm hm na gibt's sinn so jetzt hab ich wahrscheinlich auch nicht den würfel das lösen wir anders so jetzt komm ich hier tsching tsching hmm schwupp bingo ok dann jetzt kann ich den strahl da hinten drauf auf die wand machen das reiht dann ja auch schon dann kann ich ja auch kommen warte mo man nein egal ich weiß zu schätzen was ihr da tut der würfel liegt da ja lachen hält die motivation aufrecht aber langsam solltet ihr diesem klammauk ein ende setzen und noch irgendwas achso die tür ist offen aber noch jetzt brauche ich einen weg nach oben bitte ja ja da ok weg nach oben ist da nein ich brauche einen weg hier raus wie wo bist du denn hier unten oh na wie verrecke ich eigentlich mal so oft hm jump and run mahnts nichts sind nichts für dich du bist wo unten ach da genau so hey meine güte was für eine schwere geburt naja war gar nicht so schlimm letzte wie kommt jetzt da was neun von neun war auf jeden fall schon extrem tricky und die letzten sind ja noch schwieriger aus erfahrung oh ja was kann das werden das kann wirklich was werden sie setzt uns ganz schön zu es hat drei tage gedauert euch wieder zusammenzusetzen ich kann das nicht noch einmal machen ich wollte euch ursprünglich mit weiteren tests abhärten aber wir müssen uns auf ein beschleunigtes verfahren einlassen hiermit erkläre ich euch zu tötungsmaschinen herzlichen glückwunsch Tötungsmaschinen mir ist einfach nicht drin der Raum mit dem Prototypgehäuse liegt gleich hinter dieser Kammer Tötungsmaschinen aber YouTube nächstes Mal sehen wir erst was da auf uns wartet in der Prototypkammer vielen Dank fürs Zusehen Tschüss Tschüss